In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Datensicherung nur mit Hilfe von Windows-Bordmitteln erstellt. Dazu habe ich hier den Ordner Daten. Diesen möchte ich hier im Wechselträger P unter Bakeup sichern. Unser erstes Problem ist, dass der Loveworks-Buchstabe des Wechselträgers nicht immer gleich ist. Das müssen wir ändern. Dazu klicken wir auf Start, Rechtsklick auf Computer und dann auf Verwalten. Nun öffnet sich die Computerverwaltung. Hier klicken wir auf Datenspeicher und auf Datenträgerverwaltung. Hier wird unser USB-Stick angezeigt. Nun machen wir einen Rechtsklick darauf und wählen Loveworks-Buchstaben und Pfade ändern. Hier klicken wir auf Ändern und wählen einen Buchstaben. Ich wähle jetzt mal den Buchstaben M. Klickt auf OK. Nun wird eine Meldung erscheinen. Diese bestätigt ihr mit Ja. Nun schließt ihr die Datenträgerverwaltung. Die USB-Stick wurde auch schon erkannt. Die eigentliche Datensicherung machen wir jetzt mithilfe einer Batch-Datei. Diese erstellen wir uns, also Rechtsklick, Neu und dann Textdokument. Diese benennen wir mit einem Namen, in einem Fall Bakeup. Und als Dateiendung müsst ihr anstatt .txt die Dateiendung .bat wählen. Nun bekommt ihr wieder ebenfalls eine Meldung. Diese bestätigt ihr mit Ja. Nun öffnet sich die Batch-Datei. Das macht ihr nicht wie normal mit einem Doppelklick, sondern macht einen Rechtsklick und klickt auf Bearbeiten. Ich editiere diese Datei jetzt mit dem Notebook++ Editor. Ihr könnt aber natürlich auch den normalen Standard-Editor verwenden. Als erstes schreibe ich addEcho off, damit wird die Ausgabe der Befehle unterdrückt. So, nun müssen wir einmal überprüfen, ob der USB-Stick überhaupt angeschlossen ist. Das machen wir mit Hilfe von IF NOT EXIST. Dann geben wir den Ordner an. Also M. Schrägstrich Bakeup. Bitte beachtet, dass ihr hier einen Schrägstrich verwendet, der nach links schaut. Diesen macht ihr mit Hilfe von ALT-GR und SHARF-MS. Dieser Befehl sagt, wenn diese Datei nicht existiert, also M. Bakeup, dann wollen wir hier eine Sprungmarke einfügen. Also wird das Programm zu dieser Sprungmarke kommen. In meinem Fall haben wir die Sprungmarke ERROR, die sie erstellte mit einem Doppelpunkt und dann einem Namen. Hier wollen wir uns eine Fehlermeldung ausgeben lassen. Das Verzeichnis wurde nicht gefunden. So gut. Nun kommen wir zum eigentlichen Kopierbefehl. Dieser lautet XCopy. Als nächstes müssen wir die Quelldatei angeben, also den Ordner, der gesichert werden soll. Dazu macht ihr einen Rechtsklick auf diesen Ordner und klickt auf Eigenschaften. Diesen Ort kopiert ihr euch mit Hilfe von STRG-C und fügt ihn ein. Danach macht ihr noch einen Schrägstrich und gebt den Namen des Ordners ein. Daten, in meinem Fall. Nun müsst ihr das Zielverzeichnis angeben. Dieses Zielverzeichnis haben wir bereits hier, also M, Doppelpunkt, Schrägstrich und Bakeup. Hier brauchen wir noch einige Parameter. Diese beginnen mit einem normalen Schrägstrich, also Umschalt und die Taste 7 drücken. Dazu brauchen wir zuerst den Parameter S und E. Diese beiden sorgen dafür, dass auch alle Unterverzeichnisse kopiert werden. Danach folgt der Parameter C. Dieser sorgt dafür, dass falls eine Datei nicht kopiert werden konnte, der Bakeup-Vorgang weitergeführt wird. Und nun noch den Parameter Schrägstrich Y. Dieser sorgt dafür, dass keine Abfrage kommt, ob ihr die Dateien wirklich überschreiben wollt. Nun erstellen wir uns noch eine Protokolldatei, die speichert, wann das letzte Bakeup gemacht wurde. Das machen wir mit Hilfe von Echo und geben hier einen Text ein. Also hier beispielsweise Bakeup von Daten an. Und nun fügen wir das aktuelle Datum ein. Das machen wir mit Hilfe von Prozent, Date, Prozent. So, diesen Text schreiben wir jetzt in eine Datei. Dazu machen wir zwei größer Zeichen und geben den Namen der Datei an. Beispielsweise M-Bakeup und dann hier den Dateinamen wie Bakeup.txt. So, jetzt brauchen wir hier noch eine Sprungmarke, damit dieser Befehl nicht ausgeführt wird, falls es doch funktioniert hat. Dazu fügen wir ein GoTo End und hier die Sprungmarke Doppelpunkt End. Nun wird noch eine Pause anbefügt. Dieses ist dafür verantwortlich, doch, dass wir sehen, ob alle Dateien kopiert werden wollen. Falls ihr nicht sehen wollt, welche Dateien kopiert werden, äh, gekopiert wurden, lasst ihr dieses Pause einfach weg. Nun speichert ihr diese Datei und ihr könnt sie auch schon ausführen. Oh, ich sehe gerade, ich habe einen Befehl falsch geschrieben. Ich muss ihn noch ändern. Also hier darf es kein Gott sein, sondern ein GoTo. Speichern. So, und jetzt passt das auch. Wir sehen, wurden diese drei Dateien kopiert. Nun, jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie ihr einstellen könnt, dass dieses Breakup automatisch ausgeführt wird, also beispielsweise jeden Tag. Dazu klickt ihr auf Start, macht dann wieder einen Rechtsklick auf Computer und geht auf Verwalten. Dieses Mal klickt ihr auf System und dann auf Aufgabenplanung. Hier erstellt ihr eine neue Aufgabe mit Telefonaufgabe erstellen. Als erstes legt ihr einen Namen fest, in meinem Fall Breakup. Hier geht ihr auf Trigger und erstellt einen neuen Trigger. Hier könnt ihr auswählen, wann das Breakup ausgeführt wird. Ich wähle hier mal täglich, das um 20 Uhr und dann bestätigen mit OK. Hier müssen wir noch die Aktion festlegen. Wir wollen ein Programm starten, und zwar unsere Breakup.bat. Hier veröffnen und OK. Nun empfehle ich euch noch hier unter Einstellungen das Häkchen Aufgaben so schnell wie möglich nach einem verpassten Start ausführen. Also falls der Computer ausgeschaltet war, als das Breakup ausgeführt werden sollte, wird dieses nachgeholt, sobald ihr Windows startet. Ihr klickt auf OK. Nun ist es auch festgelegt. Das Breakup wird jetzt täglich um 20 Uhr gesichert. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, klickt auf Abonnieren.